Musik Ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt Video. Welches allerdings auch gleichzeitig das letzte Angespielt Video ist. Für diese Ausgabe 107 der Digital Talk zumindest. Ich habe mir den dicksten Brocken für ganz zum Schluss aufgehoben. Ihr wisst das vom letzten Mal. Eigentlich sollte es schon letztes Mal zwischengenommen werden. Aber da kam ich nicht mit klar, weil ich mich da nicht eingearbeitet habe. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich kann jetzt bestätigen, dass dieses Spiel keine Joystick Steuerung besitzt. Sondern alles über Tastatur laufen muss. Und in dem Zusammenhang habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee. Das Handbuch, was als PDF quasi vorliegt, auszudrucken. Ja und ab da ging eigentlich der Kampf los. Los, den ich dann erleben durfte übers Wochenende. Denn mein Drucker, der scheint einen weg zu haben. Beziehungsweise der Druckkopf. Denn bestimmte schwarze Textpassagen oder Bildpassagen druckt er nicht mehr richtig. Man kann nichts erkennen. Alles so komisch mit Streifen und irgendwelchen Linien und sowas. Und naja, dann habe ich mir dann eine Druckkopfreinigung vorgenommen. Ja, ich glaube ich habe 20 Mal diesen Vorgang wiederholt. Und das Interessante dabei war, also bis die Tinte alle war, dass das erste ausgedruckte Testbild und das letzte, beziehungsweise alle die dazwischen lagen, dieselben Eigenheiten und Muster aufgewiesen haben. Deswegen denke ich, dass es der Druckkopf ist. Weil normalerweise ändern sich die Striche, sobald so eine Reinigung vollzogen worden ist. Ja, ihr Lieben, jetzt hatte ich schon direkt hier am Anfang quasi so einen kleinen Part schon eingesprochen. Aber ich glaube, der ist ein bisschen, ja, fehl am Platz am Anfang. Den werde ich am Ende hängen. Und ich würde einfach sagen, zur Einleitung, ihr Lieben, noch der Hinweis. Die Deadline der Digital Talk 107 ist der 25. November. Also ihr habt quasi noch ein bisschen Zeit, falls ihr euch entschließen solltet, eigene Texte für die neue Ausgabe, ja, zuzuschicken oder zu erstellen. Und ja, ich weise auch noch an dieser Stelle darauf hin, dass die Vorbestellungszeit der neuen Jahres-CD, der Digital Talk, Anfang Dezember startet. Das ist quasi die Geschichte für die reale CD, die im Januar erstellt werden wird, produziert werden wird. Und die Geschichte mit der Download-Variante folgt danach. Also wenn ihr vorhaben solltet, die Geschichten als digitale Version zu beziehen, solltet ihr eigentlich noch warten, bis ich dazu das OK gebe. Das wird dann wahrscheinlich so Mitte oder Ende Januar sein. Ja, dann noch der kleine Hinweis, dass ich noch einen Geburtstagsgruß loswerden will. Heute ist der 12. November und heute hat der 8-Bit-Relic-Geburtstag. Ja, ein befreundeter YouTuber sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob ich den verlinkt habe. Ich werde mal schauen. Ansonsten hole ich das noch nach, bevor ich dieses Video online stelle. Und herzliche Grüße rüber auf die Insel nach Irland an den 8-Bit-Relic. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, mein Lieber. So, und jetzt werden wir uns mal dem widmen, was ich quasi hier eine Woche vertracht habe. Dem Spiel, ja, Planet X2 meine ich heißt das gute Stück. Und das ist vom 8-Bit-Guy. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also vom Gameplay. Ich habe ja schon beim letzten Mal reinschauen können und bin da an der Steuerung verzweifelt. Jetzt habe ich mir, wie gesagt, hier zumindest die Steuerungsseite ebenfalls ausdrucken können. Vom Nachbarn, ihr Lieben. Und das lege ich mir jetzt hier als Vorlage hin. Und mal gucken, ob ich dann damit klarkomme. Ja, die Besonderheit, habe ich gelesen, des Spieles ist, dass quasi alles am Anfang eingeladen wird. Alles, was ihr da seht, auf dieser Diskette wird in einem Rutsch eingeladen. Das heißt, das Spiel lädt später nicht mehr nach. Das ist schon mal eine gute Sache. Ursprünglich war die Geschichte, glaube ich, sogar als Modul geplant gewesen. Also die ursprüngliche Version des Spieles, ihr Lieben. Das hat aber leider nicht mehr drauf gepasst auf reguläre Module. Und ich glaube, das Modul, was quasi gegangen wäre, wäre zu teuer gewesen. Irgendwie sowas. Deswegen hat man sich entschlossen, das Ganze ein bisschen zu reduzieren und auf Diskette herauszubringen. Im Stil von der Grafik, so wie Ultima, 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 ich habe schon die Ultima im Kopf. Ultima Reihe, also ziemlich schlicht. Aber dafür soll das Gameplay umso tiefer sein. Was ich auch gesehen habe, im Archiv, ihr Lieben, liegt die komplette Musik nochmals MP3 vor. Ich glaube, jetzt loopt das wieder. Okay, ihr Lieben. Planet X2 ist sozusagen der Nachfolger von Planet X1. Wer hätte das gedacht? Und das war ein Spiel für den VC20, interessanterweise. Wir haben es hier mit Echtzeitstrategie zu tun. Auch wenn es nicht danach aussieht, ihr Lieben, im Stil von Dune 2, Command & Confer und so Geschichten für den C64. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier alles einstellen können. Den Schwierigkeitsgrad können wir von Hard, Easy, Medium in drei Stufen verstellen. Ich stelle mal auf Easy, dann haben wir Maps. Mal gucken, wie das Ding hieß, da gibt es nämlich einige von. River Divide, Three Island, Grasslands, Lava Flow, The Forest, The Rockies, Dust World, River Sticks, Frozen, Urban Winds, Eisberg, Formation, Spots. Ja, das sind jetzt 13 Karten und ich würde sagen, wir lassen das auch direkt bei der ersten, weil ich kenne noch keine von denen, ihr Lieben. Und dann starten wir nochmal das Spiel. Mal schauen, was da jetzt kommt. Ja, er lädt es nochmal. Die Karte. Das ist natürlich unabhängig davon. Aber danach müsst ihr nicht mehr laden. Ja, ihr Lieben. Also vom Prinzip her müssen wir jetzt natürlich auf irgendwie einem Planeten. Ja, nach den altbekannten Muster, denke ich mal, vorgehen. Erstmal irgendwelche Mineralien und Rohstoffe und was weiß ich was ernten. Damit produzieren wir dann irgendwelche anderen Geschichten nach. Man muss natürlich auch immer schauen, dass man genügend hat. Von allem auch Energie scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Ja, im rechten Bereich haben wir hier so Geschichten wie Bull, also irgendwas zu bauen. Bulldoze wird es wohl wieder platt machen, nehme ich mal an. Pickup ist irgendwas aufglauben. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Mineral ist oder so und Dropup ist wieder fallen lassen. Wir steuern, ihr seht das im linken Fenster unter dem Bild, bis zu 10 Einheiten. Also im Moment haben wir nur zwei. Ihr seht das, 0 und 1. Die sind aktiv. Die könnte man jetzt auch anwählen. Ich versuche mal eine anzuwählen. Ich nehme mal die 0. Genau, die 0 ist da oben und die 1 ist das Ding hier. Aber man könnte noch etliche hinzufügen. Ihr seht auch die Koordinaten, wo sich diese Sachen gerade befinden. Und jetzt müsste man den eigentlich moven können mit den Falltasten. Genau, jetzt moven wir ihn mit den Falltasten. Wir steuern jetzt quasi so einen Roboter hier. Das ist natürlich die Frage, ihr Lieben, wo muss der hin? Hier ist nichts mehr. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn man jetzt ausgerechnet irgendwie bei einer Kunden in irgendwelche gegnerischen Scharmützel käme. Aber ich glaube, der Gegner, der hat dieselbe Voraussetzung wie wir. Ah, hier unten. Das sieht mir schon eher so nach irgendwas Brauchbarem aus. So, jetzt machen wir mal F5. Ich weiß gar nicht. Können wir hier das Schöne nehmen? Zum Beispiel Pickup F5. Das macht aber nicht, weil wir nicht daneben stehen. Dann müssen wir wohl den Dicken nehmen hier. Macht aber auch nicht. Muss ich hier irgendwas machen, ihr Lieben? Enter drücken. Aha. Okay. Und jetzt muss man gucken, dass wir wieder zurückkommen. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn? Haha. Fantastisch. Ja. Natürlich nicht so einfach, ihr Lieben, ne? Ich habe mir die scheiß Koordinaten nicht gemerkt. Aber ihr kennt schon, am Grafikstil, das sieht ziemlich nach Ultima aus. Ziemlich schlicht. Da sind wir. Also, das merke ich mir mal. Das ist so 37,55. Und jetzt muss man mit dem Teil hier auf das X fahren, ihr Lieben. Wenn wir da daneben stehen, das weiß ich gar nicht. Ich mache mal Drop-Off F7. So, jetzt hat er es da hin. Jetzt läuft unten auch eine Zeit. Ich glaube, das ist die Zeit, die anzeigt, wie lange jetzt quasi das braucht. Ne. Das ist nicht. Ich weiß gar nicht. Ist das die Spielzeit, ihr Lieben? Ich habe da gar nicht drauf geguckt. Ich dachte, der braucht so lange, bis er den Stein zersetzt hat oder sowas. Ich weiß gar nicht, passiert überhaupt was. Ihr Lieben, ich muss die Anleitung zu Gemüte führen. Denn, das habe ich mir schon fast so gedacht. Ja, ihr Lieben, mal schauen. Also, man muss ja tatsächlich das auch noch irgendwie aktivieren. Jetzt fragt mich, wie ich hier an die Geschichten komme. Ich muss Plus und Minus drücken. Mal schauen. Ja, genau. Plus und Minus. Damit wechselt man die Strukturen, also quasi die Gebäude, ihr Lieben. Und jetzt muss ich hier Prozess Minerals machen mit F5. Jetzt wird er da irgendwas umsetzen, ihr Lieben. Jetzt schauen wir auch gleich mal oben. Steht ja ein Wert von 255. Bei allen Geschichten. Ja, mal schauen, ob sich das verändert. So, jetzt habe ich das quasi ausgewählt. Tja, mal schauen. Keine Ahnung. Ah, er braucht doch länger. Seht ihr das? Dieser Fortschrittsbalken da. Ja, dann fahren wir mal in der Zwischenzeit mit unserer Kiste wieder weiter. Denn ich würde einfach mal behaupten, wir bauen uns... ...eine neue Factory. Hier irgendwo ins Minenfeld, sozusagen. Bei den Mineralien oder sowas. Damit der Vorgang ein wenig schneller geht. Würde ich einfach mal so sagen. Ja. Was ist das? Wer ist denn das? Das ist eine feindliche Einheit, ne? Ey, der hat jetzt mal meine Bulldozer zerstört. Oh, Katastrophe. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das nochmal zu machen. Ja, aber das war jetzt sozusagen schon klar, dass das so kommen wird, ne? Wenn man sich da einfindet, dann hat man halt nicht alles quasi im Blick, ne? Aber man muss das auch wissen, ihr Lieben. Also eine gewisse Einarbeitung in die Materie ist auf jeden Fall zwingend nötig, um hier überhaupt eine Chance zu haben, denke ich mal. Und ich weiß ja noch nicht, irgendwie muss man ja auch Waffen zum Beispiel bauen können. Und ich würde mal sagen, damit versuchen wir jetzt auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich fahre mal auf anders hin hier, machen wir mal ein Bild, gucken wir mal, was überhaupt passiert, ne? Also wir können eine Fabrik bauen, ein Missile, Silo, ein Solarpanel, Gas, Raffinerie, Brickwall, Bridge. Eine Brücke, ein Schutzwall, eine Gas, Raffinerie, Solarpanel, klar. Aber wo sind, wo sind die Waffen, ihr Lieben? Wo sind die Waffen, ne? Ich schängele das einfach mal. Jetzt probiere mal hier nochmal in die Factory zu gehen. Da, Create New Tongue. Okay, der kann, das muss ich jetzt erstmal machen, ihr Lieben. Ich brauche erstmal hier Verteidigung, würde ich mal sagen. Und dann direkt nochmal einen. Aber was passiert jetzt? Der setzt sich da auf das X ab und kann überhaupt nichts machen. Moment, Dreifeldblock. Das heißt, den muss ich jetzt auch noch erstmal wegfahren. Ah, okay. Mit der Enter-Taster kann man auf jeden Fall irgendwas noch machen, hier. Joa, Selbstdestruct, oh Gott. Also das wäre bestimmt nicht der Modus, den ich jetzt hier favorisieren würde, ne? Selbstdestruct. Sentry-Mode. Was zum Geier ist das? Ein Bewachungsmodus oder sowas? Den können wir mal anklicken. Ja, Bewachungsmodus, schnell das zu sein. Okay, jetzt gucken wir mal wieder, dass wir hier in die Fabrik kommen. Wir bauen noch ein paar von den Dingern. Jetzt muss ich den auch wieder wählen. Den setzt sich dann hier oben hin. Ja, also vom Prinzip machbar ist alles. Man muss sich nur dran gewöhnen, würde ich mal sagen. So, den setzen wir hier auch oben auf die Ecke. Und dann machen wir nochmal einen. Ja, wunderbar. E-Mails kommt auch noch rein. So, 5. Den lassen wir jetzt mal hier stellen. So, jetzt werden wir wieder unseren Ball da und dann geht's ab. Nach unten zu dem Feld, noch zu dem Minenfeld, würde ich schon fast sagen. Ja, das ist jetzt ein ganz anderer. Ah, da ist die scheiß gegnerische Drecksbasis. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also, ihr seht vom Prinzip, die Karten scheinen sich auch zu ändern. Oder ich hab jetzt eine andere Karte drin. Das kann natürlich auch sein. Dass der irgendeine gewählt hat, weil ich eben gefrackt bin, ne? Ich bin eben nicht tief genug gefahren. Ich weiß gar nicht. Ich blicke gar nicht mehr durch. Ihr Lieben, aber diese Pyramide... Ne, das ist dieselbe Karte, oder? Naja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, das sind nur Informations, ne? Machen wir mal Pick-up jetzt. Ach, da auch nicht. Pick-up. Jetzt picker es ab. Doch, das ist dieselbe Karte wie eben. Also, diese Schweine kommt von unten. So, nochmal. Pick... Ne, Drop-up. So. Da die von unten kommt, platziere ich lieber mal eine... Bulde auf die andere Seite, hier. Ja, was bauen wir denn? Wahrscheinlich erstmal gar nichts, ne? Ich baue mir nochmal einen Tank. Damit kann ich ja schon mal auf Rundreise gehen. Aber das geht jetzt gar nicht, ne? Ihr Lieben, oder? Wenn der da irgendwas treibt... Dann bin ich in dem Moment ja... ...nicht in der Lage, hier was zu produzieren, oder? Ja, das ist natürlich blockiert. Scheiße. Also, das mit den Mineralien ist Blödsinn. Jedenfalls im Moment. Ich nehme das wieder weg. Sieht ein bisschen destroyed aus, jetzt, ne? So, nochmal neu. Genau, 6. Das muss man gleich mal merken. Jetzt kann man hier das Ding ablegen. So, dann fahren wir das Ding mal auf Seite. Dann wählen wir die Fabrik an. Prozess Minerals, dann kann er das schon mal machen. Und mit der 6. Space Attack. Moment. Wow, der greift die eigenen an. Das ist ja unglaublich. Wo war diese scheiß Pyramide? Da. Aha. Okay. Also, an diese komischen Dinger kommt man so nicht vorbei. Schade. Okay. Dann gehen wir zurück. Hier können wir im Moment leider nichts machen. Weil ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, so eine Raketenabschussrampe oder sowas bauen. Und dann vielleicht einen Fernangriff erstmal auszuführen. Aber ihr seht, wie lange der schon dann irgendwelche Steinen rumhantiert. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was, ja, ziemlich lange dauern kann. Das ist jetzt nichts für Casual Gamer. Ja, da kommt jetzt dieser Idiot. Das war schon mal ganz gut. Aber das X ist immer noch kaputt, ne? Sieht aus wie, weiß ich nicht, wie ausgebombt, ne? Da kommt schon der nächste. Ja, das ist aber auch ganz gut so, ne? Dass wir keine Chance haben, selbst bei unseren aufgebauten Panzern da. Und ich warte immer noch, bis die Mineralien verarbeitet worden sind. Jetzt kommen aber Gegner, wir haben Fließband. Ihr Lieben. Der braucht tatsächlich eine Minute für einen Balken, ne? So ungefähr, oder? Jedenfalls kommt mir das fast so vor. Oder sind es 30 Sekunden? Überhalten es mal im Auge. Ich habe nämlich jetzt mal geguckt, was die Uhrzeit sagt. Ja. Fast 30 Sekunden, ne? Braucht er. Tja, aber wie gesagt, ihr seht das selber. Man braucht halt bestimmte Rohstoffe. Diese Mineralien sind natürlich sehr, sehr wichtig. Um irgendwie Panzer zu bauen, zum Beispiel, ne? In dem Fall. Wofür Methangas gut sein soll, weiß ich noch nicht. Und die Energie ist auch leicht gestiegen. Weil ich meine, am Anfang war ja alles auf 225 oder sowas. Keine Ahnung. Aber wenn ihr jetzt hier durch ist, würde ich sagen, bauen wir mal so eine Raketenabschussrampe. Und dann versuchen wir mal da irgendwie, deren Basis da... Aber warten wir erstmal den Angriff noch ab, bis der weg ist. So, dann nehme ich mir meinen Boulder. Und dann, weiß ich, baut man hier die Raketenabschussbasis dran. Mal sehen. Bult. Missile Sido. Jedenfalls deute ich das jetzt als das. Jetzt fängt er an, da irgendwas aufzubauen, oder was? Ich dachte, das wäre so ein Riesenteil. Ich dachte, das wäre so ein Riesenteil. Okay. Missile Sido. Target. X80. Y30. Ach du Schande. Ach du Schande. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo das ist. Ach du Je. Ja, okay. Dann bauen wir uns halt einen neuen Tank. Und die Mineralien sind natürlich auch wieder am Limit, wie ich sehe. Hat er jetzt gerade meinen Boulder kaputt gemacht. Der Sack. Unglaublich. Jetzt müssen wir mal auf die Koordinaten achten. 54. 54. Das weiß ich gar nicht. 77. Lalalala. Der hat es natürlich jetzt hier auf meinen Raketensieler abgesehen. Weiß gar nicht. War das so? Testen das einfach mal. Bullt Missile. F5. Insuffressors. Scheiße. Scheiße. Wir brauchen erst Mineralien. Ah, nee. Aber ihr seht vom Prinzip, wie ausgeklügelt diese ganze Geschichte hier ist. Also damit kann man sich ohne Quatsch einige Stündchen, denke ich mal, beschäftigen. So komplex ist das Ganze. Oh nein, das war die falsche Richtung. Mist. Also das muss man sich auch auf jeden Fall merken. Ihr Lieben, wo das Ding ist. Ich weiß es. Ich vergesse das. Ihr Lieben, ich vergesse das. Nach Gefühl würde ich sagen, hier oben vor. Ach, hier ist auch noch Mineralien. Okay. Oh Mann. Ich suche mir erst mal hier. 38. Ich bin im 50er Bereich. Meine Fresse. 38, 50 so ungefähr. Ah. Okay. Da sind wir ja. Okay, ihr Lieben. F7. Zack. Noch mal einen Prozess. Jetzt fahre ich hier mit dem Ding mal weg. Ähm. Hä? Was ist mit dem Mineralien jetzt passiert, ihr Lieben? Hatte ich da nicht eben ein Steinchen abgeliefert? Na, hier ist auch nichts. Aber hier. Vielleicht bringen die kleinen Steine auch nicht so viel. Das kann auch sein. Aber hier die Dicken auf jeden Fall. Äh. Das ist die große Frage, ob wir quasi das überleben. Beziehungsweise mein Raketenabschuss-Silo das überlebt. Ehe, der hier fertig ist. Das dauert ja wieder stundenlang. Da. Jetzt ist auch mein Boulder weg. Und jetzt greifen die Spacken ja das alles an hier von mir. Scheiße. Ja, ihr Lieben. Vom Prinzip her. Ihr seht das. Ist das ein Spiel, mit dem man sich sehr beschäftigen muss. Wahrscheinlich verlose ich jetzt. Denn das war's. Scheiße. Ja, also. Vom Prinzip her. Habt ihr schon mal jetzt den ersten Eindruck in diese Geschichte erhalten. So eine kleine Vorgabe, wie es gemacht werden könnte. Ich hab da natürlich total versagt, ne. Aber ich glaub, das geht erstmal jedem so. Aber ich hab ja jetzt fast zwei Wochen lang Zeit, mich intensiv mit diesem Spiel zu beschäftigen. Und vielleicht komm ich ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht gewinne ich ja auch mal so ein komplettes Mäppchen hier. Und falls so sein sollte, werde ich da sozusagen Videos nachreichen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Digital Talk 107 erscheint, wie all die Jahre zuvor, pünktlich, irgendwann, ja, ihr wisst das, zumindest am Tag, an Heiligabend. Wahrscheinlich wieder so in den Abendstunden. Und ja, mal schauen, womit ich mich hier wieder melde. Ob ich mich wieder melde in diesem Jahr, werden wir sehen. Es kann sein. Ich hab da noch ein anderes kleines Problemchen mit Linux. Vielleicht krieg ich das auch noch gelöst. Und falls ja, werde ich hier ein Video dazu erstellen. Ihr Lieben, ich wünsche euch den Frieden. Macht's gut. Bis irgendwann später mal. Vielleicht mach ich auch noch ein Jahresausklangsvideo oder sowas. Ja, mal schauen. So, ich hau mich raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Trickster. Ja, hallo ihr Lieben. Ich melde mich zurück. Und zwar am Wochenende. Ja, ich hab die ganze Woche über quasi hier gemacht und ausprobiert und gezockt und getan. Und ich hab kläglich versagt. Ich bin immer wieder, ja, gestorben. Und ich hatte zwar hier diese Geschichte nebenher aufgenommen. Allerdings hab ich diese Videos wieder gelöscht, weil es hat ja nichts gebracht, ne, vom Prinzip. Ich bin da keinen Meter weiter gekommen. Ja, und als ich gerade hier nochmal überprüft hab, ich zocke ja schon fast seit einer Stunde, ihr seht das hier. Ähm, die Aufnahmen, die zuvor gelaufen sind, ja, da hat der nur schwarz aufgenommen. Ganz, ganz komisch. Und mit dem Mikrofon stimmt da auch irgendwas nicht. Der hatte auch keinen Ton und nix. Und, äh, naja, als mir das dann aufgefallen ist, hab ich gedacht, ich versuch das Ganze nochmal neu. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, was seht ihr hier vom Prinzip? Meine Basis, ne, wie gehabt, wie gewohnt. Ich hab ja immer wieder nach dem gleichen Muster aufgebaut und, äh, versucht das Spiel quasi zu knacken, ja. Wie soll ich euch das beschreiben, ihr Lieben? Ihr seht das. Unterhalb und rechts von dieser Basis sind so komische, ja, Todesspuren zu sehen. Das hat damit zu tun, dass wir aus diesen Seiten, aus diesen Richtungen angegriffen worden sind die ganze Zeit. Von unten kommt nix mehr. Die Basis hab ich zerstört, ihr Lieben. Und, ähm, neuerdings kommt jetzt alles nur noch von rechts. Ich mein, das macht natürlich die Verteidigung jetzt ein bisschen einfacher. Aber vom Prinzip her, ja, wie soll ich euch das beschreiben? Ich hab da ein ganz anderes Bild, sagen wir mal, im Kopf gehabt, wie man dieses Spiel zu knacken hat. Ähm, wie man das halt so von Echtzeitstrategie-Spielen kennt, ne. Aber das ist vollkommen anders. Und ich kann euch das mal demonstrieren. Und wie ihr seht, ähm, ähm, ist das hier wie am Fließband, was hier passiert. Und ich schau mal, dass ich hier ein bisschen aus der Reichweite komme, damit ihr das auch mal betrachten könnt. Ihr seht, der Gegner produziert eine Einheit nach der nächsten, ne. Und die kommen tatsächlich im Sekundentakt, äh, kann man schon fast sagen. Warum das jetzt gerade nicht so ist, der wird man irgendwo festhängen. Aber die kommen gleich ohne Ende. Kann ich euch gleich zeigen. Indem wir mal die Spur verfolgen. Da, da kommen sie, ne. Also ohne Ende. Ja, ich hab gedacht, nachdem ich die erste Pyramide da zerlegt hab, auf diese Art und Weise, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, ähm, dass das Spiel dann gewonnen ist. Ja, Pustekuchen. Auf dieser Karte gibt es, ähm, vier von den Dingern. Also, ähm, es gibt auch Karten, da gibt es fünf, ja, von diesen Pyramiden. Und das Schöne an der Sache ist, die sind nicht alle auf dem, für gerade dem Spieler zugänglichen Terrain, sag ich jetzt einfach mal. Das werdet ihr hier sehen. Denn wir kommen ja jetzt hier an Wasser. Und das ist der Punkt, wo mir aufgefallen ist, irgendwas stimmt hier nicht. Na, also, vom Spiel natürlich her, denn das Spiel ist so konzipiert, ihr Lieben. Aber, ähm, ja, von der Karte, die endet ja hier, hab ich gedacht, nein, ist nicht so. Hier ist Wasser und ihr seht, diese Viecher können schwimmen. Und da war mir klar, als die hier wieder am Fließband kamen, tja, da muss irgendwo noch eine andere sein. Ja, und dann hab ich gesucht, ihr Lieben. Ich hab gesucht und gesucht. Ich lass den erstmal vorbei, dann fahren wir da mal hin. Und dann kann ich euch zeigen, was ich... Oh! Nein, es war weiter oben, ihr Lieben. Da. Das ist, ähm, die Geschichte, die ich gemacht hab. Und zwar, ich hab eine Brücke gebaut. Und zwar mit diesen einzelnen Platten hier. Ihr seht, dass jedes Ding ist einzeln. Und jedes Ding verbraucht natürlich Ressourcen. Ja, also hab ich diese Brücke gebaut. Und siehe da, es kommt noch eine weitere Insel zum Vorschein. Ja. Und als ich dann... Ich mein, hier gab's keine Basis, oder? Ich kann mich da gar nicht mehr dran zinnen. Doch, auf jeden Fall hab ich hier auch noch eine Basis zerstört. Und dann ist mir aufgefallen, diese Gegnerhorden da, die da ankommen, ähm, ja, die nehmen trotzdem nicht ab. Obwohl jetzt auch wieder eine Pyramide zerstört ist. Und was muss ich feststellen? Hier hinten. Ihr seht, da kommen wieder irgendwelche Viecher. Das sah man natürlich aus dem Winkel hier nicht, dass hier noch was ist, ne? Aber ich bin bis hier unten, wo der jetzt gerade da auftaucht, an Land zu gehen, die zwei, in der Ecke. Bis da bin ich gekommen. Und dann hab ich die im Wasser gesehen. Und dann hab ich gedacht, ja, da ist irgendwas. Da. Habt ihr das grad mitgekriegt? Die machen auch so einen Schlenker da oben. Irgendwie. Ah, gucken wir mal, ob da noch was kommt. Da müssen jetzt noch ein paar kommen. Also, naja. Mal schauen, mal schauen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, worauf der wartet. Ganz seltsam. Naja, ist egal. Auf jeden Fall hab ich dann halt hier noch eine Insel entdeckt. Und da fragt mich, wo die Dinger waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Die ihr euch stellt. Wahrscheinlich, wie kriege ich mit diesem einzelnen Panzer diese Pyramiden kaputt? Die sind ja auch so verteidigt von irgendwelchen, ähm, ja, weiß ich, so Potzen, ne? Die da rum und rum um diese Pyramide verteilt sind. Und die alles unter Beschuss nehmen sofort. Und, äh, was ich auch noch nicht hier gezeigt hab, ist zum Beispiel, wie das Ding schießen kann, ihr Lieben. Und zwar muss man da die Space-Tasse drücken. Dann erscheint so ein Fadenkreuz. Oder hier so Kästchen, ne? Und damit gibt man die Schuss... Schuss... Die Schuss... Die Schussrichtung vor, ihr Lieben. Man gibt die Schussrichtung vor. Ja, und, äh, nochmal auf die Space-Taste gedrückt. Würde dann feuern. Ja, macht das mal im Gefecht. Ähm, ihr versagt jämmerlich, ne? Äh, es sei denn, man macht doppelt, ne? Also, wenn das einmal eingestellt ist, dann feuert er... Ja, feuert er nicht. Er feuert, wohin er will. Na, seht ihr das? Ich hab jetzt gedacht, man könnte so die Schussrichtung vorgeben, wie hier oben hin. Wenn man da nochmal drauf drückt. Ja. Das macht er mal. Jetzt seht ihr, jetzt hat er seine Augen automatisch selbst verändert. Also, hier mit zu schießen ist, ähm, faktisch eigentlich unmöglich. Ja. Wie ist das Ding dann zu knacken, ihr Lieben? Ja. Ganz einfach, ne? Das ist jetzt natürlich eine Todesmission. Hm, hier zum Beispiel, das ist so noch Lava, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Also, seht ihr das? Und das sind die Krater hier, um diese Gas, äh, Geschichten zu bauen. Zum Beispiel jetzt, ne? Also, nur damit ihr wisst, wo die Ressourcen herkommen. Die Energie kann man sich natürlich aufbauen durch die Solarpaneele, die man erstellt. Aber dieses Methangas, das kann man nur über so Krater hier, da baut man da so ein Konstrukt drüber und der baut das ab. Ja, und wofür ist das überhaupt gut? Und, ich meine, ihr seht das oben mit diesen drei Ressourcen, Mineralien und Gas und Energie, ne? Die sind natürlich wichtig, ähm, ja, um Einheiten oder andere Sachen zu bauen. Die nehmen ihr dann immer weiter ab, ne? Und irgendwann ist halt dieser Wert hier aufgebraucht. Und dann braucht ihr quasi neue Einheiten. Also, neue, ähm, Ressourceneinheiten, um andere Sachen überhaupt bauen zu können. Wenn es nur ein Panzer ist oder sowas. Also, es hat nichts damit zu tun, dass die Fahrzeuge zum Beispiel, äh, Sprit brauchen oder irgendwie auf Gas laufen oder was. Was ich, um sich fortbewegen zu können, das ist scheißegal. Ich glaube, hiermit kann man rumfahren, solange man will, dann nimmt nichts ab, ne? Das ist wirklich nur eingebaut, um das Spiel noch schwerer zu machen. Also, das heißt, je länger ihr spielt, desto mehr Einheiten ihr verliert und neu bauen müsst, dann tauchen diese Geschichten hier auf und werden interessant, äh, beziehungsweise spiel, äh, wichtig. Aber ansonsten, wenn man das einmal durchschaut hat, wie das hier funktioniert, könnte es natürlich auch sein, dass man in einem Run, ne? Ohne überhaupt sowas bauen zu müssen, durchkommt, ne? Denn, das Rätsellösung ist, äh, ganz einfach. Ich suche jetzt erstmal, ich muss das Ding erstmal finden, wo das scheiß Ding ist. Weiß gar nicht. Aber irgendwo ist es. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ihr Lieben, hier in dem... Ah, da kommt was, das muss hier in der Nähe sein. Ähm, wenn man jetzt hier steuert, ne, links und rechts, da ist mir das nicht aufgefallen, aber hoch und runter, es kann sein, dass der dann, ähm, sag ich mal, die Richtung vertaucht. Man lenkt nach oben und der fährt trotzdem nach unten. So wie mit den Schüssen eben, so vom Prinzip, ne? Also ganz komisch. Wo könnte der sein? Da unten. So, jetzt fährt man hier ran und lässt sich totschießen. Warum? Ja, ganz einfach, denn jetzt hat man unten die Koordinaten. Seht ihr das? X, 247 und Y, 74. Ne, das ist natürlich ein Schätzwert, weil vom Prinzip müsst ihr euch ja vorstellen, müssen wir die Pyramide, ähm, treffen. Ne, ein Pixel quasi runter oder ein Feld runter würde schon ausreichend sein. Ja, und was macht man dann, ihr Lieben? Dann geht man einfach hin, ne, baut sich ein Missile Silo, also ein Raketensilo. Dort geht man die Koordinaten ein. Ihr seht, ich habe diese Geschichte schon, ähm, beim letzten, ähm, ja, Tank sozusagen, den ich da ebenfalls schon hingeführt habe, ähm, ermittelt, ne? Ne, und dann, äh, erstellt man eine Rakete mit F5. Das dauert dann wieder so ein bisschen, ne? Und dann schießt man die ab und macht die platt, ne? Und dann ist das Spiel zu Ende. Also, wenn ihr das mit allen Silos gemacht habt, also mit allen Pyramiden, ne? Sorry, mit allen Pyramiden gemacht habt, dann ist das Spiel gewonnen. Also, vom Prinzip ist das alles nur so ein bisschen als Alibi-Funktion. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch das. Ich schieße jetzt mit F7 das Böhmchen ab. Da, kein Wurm. Ja. Vom Prinzip, ich werde das jetzt hier auch mal stoppen, weil, ähm, ich will noch ein bisschen dazu was sagen, ne? Also, die Ansprüche, beziehungsweise, ähm, Hoffnung und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, mit dem Spiel verknüpft, ne? Die ich anfangs da, ähm, zu hatte, äh, waren sehr hoch, ne? Also, ich habe echt gedacht, das ist ein super, super komplexes Spiel. Ich kann jetzt im Moment echt sagen, es ist ein sehr, sehr schweres Spiel, ne? Ihr sitzt da stundenlang dran und das Spielprinzip ist nicht wie bei anderen Spielen dieser Art. Man baut sich eine Armee auf, ähm, bis man meint, man ist schlagkräftig genug und schickt die dann gegen den Gegner und guckt dann einfach zu, was passiert. Ähm, hier passiert sehr vieles manuell, ne? Das sollte klar sein. Das wäre jetzt eigentlich nicht so der Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, die ich so sehe, sondern halt, ja, diese Geschichte an sich, die drumherum ist, die so drumherum verpackt worden ist, damit es den Eindruck macht, als ob es sowas wäre. Wisst ihr, was ich meine? Im Grundeffekt ist es nur so, anfangs muss man halt schauen, dass man seine Basis, ähm, ja, verteidigt bekommt, weil der Gegner, ähm, direkt und ohne Unterlass seine, ja, Einheiten produziert und baut und die direkt auf euch hetzt und, äh, die kommen dann irgendwann an, ne? Wenn man mehrere Pyramiden hat, halt auch von mehreren Seiten, das muss man erstmal, ja, ermittelt haben, quasi von welchen Seiten werde ich angegriffen, dann verstärkt man die mit irgendwelchen, äh, Tanks oder, ne? Panzer, die da an den Seiten dann postiert werden und dann geht man auf Wanderschaft, ne? Also man nimmt sich einen Panzer und fährt die ganze Karte ab, so vom Prinzip, um diese Pyramiden da zu ermitteln. Dann macht man dasselbe, was ich da eben gemacht habe und zwar die Koordinaten nehmen, Missile Silo bauen, Rakete bauen, Koordinaten eintippen, abfeuern und dann ist, wenn alles gut geht, ihr Lieben, das muss man natürlich dann nochmal überprüfen, ne? Nochmal hinfahren, schauen, ob das überhaupt so geklappt hat, weil diese Pyramide muss komplett, ähm, platt sein, ne? Darf kein Äckchen übrig sein, sonst baut er lustig weiter, ne? Seine Einheiten. Ja, und dann, äh, ist das Spiel quasi beendet oder gewonnen, wenn man das quasi mit allen Pyramiden gemacht hat. Also hier ist nicht, sagen wir mal, der Fokus auf Echtzeitstrategien im eigentlichen Sinne zu sehen, sondern auf, ähm, stundenlangen absuchen, abgrasen, experimentieren mit irgendwelchen Koordinaten, ja? Und, ähm, das ist echt, echt schwer. Und hier dieser Schwierigkeitsgrade hier unten ist, ihr Lieben, der bezieht sich nicht etwa auf die Anzahl der Pyramiden, die man zerstören muss, sondern der bezieht sich auf die Rohstoffe, das heißt die Vorgaben, ne? Je schwerer, desto weniger. Ich glaube, am schwersten kriegt man gar nichts, ne? Da muss man wirklich alles aufbauen von Anfang an, äh, um diese Rohstoffe zu erhalten. Ja, und die Pots, die der um seine Pyramiden bauen kann, ne? Die Anzahl der Pots, ne? Also, auf einem leichteren Level sind es nicht so viel, auf dem schwierigsten sind es, äh, extrem viele, ne? Und die zu zerstören lohnt sich überhaupt nicht, ne? Also, kriegt man sowieso nicht hin, äh, aufgrund der lustigen Steuerung, haha, und natürlich drei Treffer und der Panzer ist weg, ne? Und, äh, da hält man sich ja dran. Also, vom Prinzip, ja, ein Spiel, was es so am C64 noch nicht gegeben hat, das ist schon klar, aber ich glaube, das wird, ja, nur den wenigsten irgendwie was abgewinnen können und zusagen. Von daher würde ich mir das an eurer Stelle überlegen. Also, ich fand, ähm, das schon irgendwie wie so ein Blender, ne? Ein Blender-Spiel für teuer Geld. Ja, ihr Lieben, das soll es auch schon gewesen sein. Ich würde jetzt dieses Video endlich fertig machen können und dann direkt nächste Woche, ähm, hochladen hier auf YouTube und, ähm, ja, da mal schauen, ne? Wie es weitergeht, ihr Lieben. Bei der Aktion ist mir noch mein, mein Drucker kaputt gegangen und, äh, seitdem ärgere ich mich da oder zanke ich mich da mit irgendwelchen vollkommen inkompetenten Leuten bei dem Shop Proben, wo ich das Ding gekauft habe und zwar beim Real, ja, und, ähm, wusste ich auch nicht, ihr Lieben, die scheinen da im Moment irgendwie so im, ähm, ja, im Übernahmeverfahren zu sein oder sowas, die werden gerade aufgekauft und viele Bereiche sollen wohl dicht gemacht werden, dementsprechend sind auch deren Mitarbeiter drauf, äh, aber das kann ich ja, ähm, als Kunde kann ich ja nichts dafür und ich erwarte natürlich, dass mir dennoch geholfen wird, aber das war katastrophisch, ich meine, da müsste ich mein eigenes Video zu machen, ne? Weil ich da schon wieder erlebt habe, ne? Äh, unglaubliche Sachen. Aber, da steht jetzt erstmal nicht zur Debatte, ich will auch erstmal abwarten, was da, ja, Hauptfunk kommt, ne? Bei rumkommt, bei der ganzen Aktion, vielleicht kommt da der letzte Scheiß bei rum, ne? Da mach ich auf jeden Fall ein Video, weil ich dann so nennen, real verarscht, ne? Also, ihr Lieben, ich weiß noch nicht, aber ich weiß, dass jetzt nächste, äh, Woche die Deadline ist und dann, ähm, ja, steht wieder Arbeit an und, äh, mal schauen, wie sich das hier entwickelt, ne? Ihr Lieben, ich weiß noch nicht, wann ich mich zurückmelde, aber ich melde mich zurück. Bis dahin halt die Ohren steif, macht's gut und, äh, ciao, ciao, euer Trickster!